Japp Lockt und es hat nicht geklappt und einfach gescammt hat er so gut dafür Junge alter man kann so das ist unglaublich um kleiner Parry was Api kann killen auch gut zu wissen es ist einfach so eine Roy Api gefühlt nice er ist schon wieder tot aber ohne die Gauder Schade Schade joh ok Hauptsache Damage passt schon ja da kann er einfach nicht viel machen bedankt dass ich einfach kostenlos viel Werbung gemacht habe aber ja könnte könnte man auch einfach als kurzes Video machen das würde dann zu GSM passen halt einfach irgendwie so das muss ich mir noch genau überlegen aber genau Adapter und LAN Kabel ist schon mal richtig gut dass ich das den Leuten mit auf den Weg gebe weil das hier ist eindeutig und jetzt kommt der Analyse Basti einfach alles drauf los mal an man kennt der schnelle Sniper ah schade absmash ok hab ich dich schön nice technisch ist so gut mit Samus so gut mit Samus so viel Damage schon Bro Ich wusste, dass er aber schon mit Nice, Alter. Und die Metal-Bale kann ich mir sogar noch gönnen Okay. Ich weiß genau, mit welchen Moves ich banden werde Das muss eigentlich der Move sein Meine letzte Chance. Meine letzte Hoffnung Let's go, der Flare Blitz ain't no way Du machst das ganze Tarion and Rejo, das kann ich mir auch nur für den Spaß, von daher Gar nicht irgendwie Das hat schon gekillt Alles gut, ich hab nen Jump Ja, ich darf nicht sagen Er hat nen Jump Leute Aber Ausgezogen Richtig überrannt gerade Auch wenn ich ihn nicht treffe, der Pressure ist trotzdem da Ne Oh, weggechießt Äh, ja Der hat mal Sipi gemacht Geil Er stand nur da, let's go Ey, als ob Das hat mich noch getroffen Richtig gut Genau so ein Tag-Chase meinte ich nämlich Oh, krass Oh, krass Ganz knapp dran vorbei, ne Ey, es läuft, Junge, es ist you to death, Alter Darf ich noch, oder? Ja Das sah komisch aus Das killt, Alter Autsch, meine eigene Pille, Junge Was, das hat nicht gespiked Jetzt aber Nice, ey, direkt der Dr. Mario spike Ich spiel's grad gegen meine Day-One-Fanchise Das ist immer komisch Weil man mich noch nie in Dr. Mario spielen sehen hat Oder Colin dann auch Da muss man sich erstmal dran gewinnen Oh, der Tag-Read, Junge No way, hä, das hat getroffen? Grab Bench mal wieder Take Chase, komm Schade, er konnte grad auch wegjumpen Nice Die Dead Shrubs Die Dead Shrubs Ah, okay, kein Back-Throw Yes Aber du musst doch gesund bleiben Oh, die ganze Sequenz hat sich Alter Krasser confirm, Alter Der einfach down tilt Oh, Osgo Der beste Oh, ho, 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 ho Alter Nein, das ist ne gute Entscheidung von units, ne Terry ist tausendmal besser, aber Leider hat er auch tausendmal mehr ein Bastard Ist halt leider einfach so, ne Okay, das war clean Oha, vielleicht doch kein Fake-Diplom Oh, mein Gott, er ist tot Oh, mein Gott, er ist tot Oh, mein Gott, er ist tot So gut, dass es auch einfach killen kann Daunt wird ab, ja Oh, mein Gott, er ist tot Ich wusste, dass er rollt. Oh, ich habe aber auch Power auf 169. Oh, ist das Damage? Pfff, der Snipe. Oh, Junge. Die ganzen Char-Chars, ey, die tun schon weh. Oh, noch einer. Hey, GG's.